Also wir sind hier kurz vorm Abflug hier ins Dschungelcamp, sind alle ziemlich aufgeregt und wissen gar nicht genau jetzt was vor uns steht und dann fliegen wir da hier einige stunden durch die Gäsen bis wir im Dschungel sind und ja wir melden uns dann da wir sind total durch den Wind irgendwie, also bis dann hier machts gut